Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit einer wunder-, wunder-, wunderbaren Sendung. Daily, deine Tagesdosis, Angeberwissen, wir haben heute den 19. Mai und am 19. Mai hat nicht der Mark Hagenbeck Geburtstag, sondern wer hat Geburtstag? Ein anderer ziemlich cooler Typ, nämlich der Rodrigo González. Der Rodrigo González ist, der kennt ihn nicht, den Bassist, der Ärzte, genau. Warum hast du mir das angetan? Ich hab's von einem Bekannten erfahren und so weiter und so fort, ja. Genau, der hat heute Geburtstag gewonnen, am 19. Mai 1968 in Valparaiso in Chile geboren. Oh, in Chile, ja, komm mal an. Ja, und am 19. Mai 2012 war das Finale der Champions League zwischen Chelsea und Bayern München in München. Und, ja, und da hat München im Elfmeterschießen verloren. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wär's das gestern gewesen. Du hast gar keine Ahnung, was du sagst. Nee, hab ich auch nicht. Der Bastian Schweinsteiger hat den letzten Elfer an Pfosten gesetzt. Ja, ja, ja. 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 Das Coole war... Ziemlich interessant, ja. Nee, pass auf, pass auf. Das war so. Der Bastian Schweinsteiger hat den Elfer an den Pfosten gesetzt. Zack, verloren. Ich hab's aus Versehen weitergeschaltet. Ja, ich schalte hier zurück. Und zack, verloren. Hier ist in der Chelsea, wie sie feiern, ne, mit Druck. Oh, Chile, ja. Ach, ich wollte mal irgendwas so wichtig erzählen. Ja, jedenfalls. Super, also Fußball ist ja super. Komm, erzähl nochmal. Er hat sich an den Pfosten gesetzt? Nee, was? Komm, mach du. Okay. Nächstes. Wenn es dich nicht interessiert, was soll ich denn da machen? Nee, alles gut, aber vielleicht hättest du ja draußen irgendwo da. So, dann haben wir doch am 19. Mai, haben wir auch noch leider... Ist eingepennt, oder was? Ja, Entschuldigung. Ein Todestag. Hast du doch schon längst eingeblendet. Natürlich, aber ich bin wieder zurückgesprungen. Und das ist Jackie Onassis. Ja, Jackie Onassis, ehemals Kennedy. Ja, die ist leider am 19. Mai 1994 gestorben. Ja, und am 19. Mai 2006, ja, 2006 hat SPD und CDU, CSU beschließen, die Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 Prozent. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja. Wirklich super, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein Herz ist ein Quell nie wieder versiegen wollender Freude. Was ist das? Danke, Mutti. Ja, das Angeberwissen habt ihr jetzt alle. Ja. Und wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi, Kowski. 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 Tschüssi, K vocêktar, congregat chains وہle Tánaise mit einer L Substanzierung? Achille Zingl rollin. Pflanzös Pew, Alexander Kowski. Angeberwissen hat sich zu Äußern bei jedem Dat補 30 Minuten, und die Man chasing till comes im leften Duran und kommt in G約 1995. Satsang, ja, Ald persist auf바an darf ich sogar 10ERähك flushанием. Vielen Dank.